Und damit Willkommen zurück zu Summerslam, der Großveranstaltung des Summers hier bei WWE 2K17 und bei WWE und natürlich bei ErkoGames. Wir haben unser viertes Match des Abends. Es ist ein Tag Team Match zwischen The New Day und Jey Uso und Jimmy Uso. Ähm, okay. Das Bild ist dunkel. Ah, jetzt geht's los. Es gibt keine Ansage. Okay, ja, die Uso kommen noch mit ihrer alten Musik rein. Aber ich würde mal sagen, einfach mal kein Bock haben, mir den Einzug anzugucken. Deswegen werden wir einfach mal frontal gleich mal hingehen und eingreifen, auch wenn das gerade übelst am Lecken ist. Einfach gleich mal angreifen. Kann man ja mal machen. Aber damit wir uns ein bisschen den Einzug sparen. Auf jeden Fall, es geht wie gesagt um den Smackdown Tag Team Title, den ja die Uso ist gegen... Ähm, okay. Den, äh, haben ja die Uso ist verloren gegen The New Day. Die ja auch mit am längsten bei Raw Tag Team Champions geblieben sind oder sind. So, das müsste reichen. Erstmal kurz in den Ring gehen, weil hier fängt es gerade irgendwie an zu ruckeln. Jawohl, damit beginnt es jetzt. Sehr schön. So. Einfach mal hier schön Action machen, bevor das Hauptmatch beginnt. Ich muss dazu sagen, ich steuere jetzt nur Kofi Kingston, also ich lasse Big E quasi, äh, nicht gesteuert, sondern wirklich einzeln kämpfen lassen. Jawohl. Okay. Also unser Gegner ist bis jetzt erst mal Che Uso. Vielleicht bleibt es ja auch bei Che Uso oder er wechselt. Mal sehen. Bis jetzt sieht's gut aus. Schöner Konter. Okay. Das, äh, sieht nicht so gut aus. Ah, okay. Oh, was wird das denn? Ouch. Okay, das war nicht so schön. Erstmal kurz rausgehen und ausruhen. Jawohl, sehr schön. Wobei ich hier dazu sagen muss, bei diesem Match, es steht noch nicht offen, ob es Big E sein wird oder ob Xavier Woods an der Seite von Kofi Kingston stehen wird. Jawohl. Sehr schön. Weil die beiden, also die drei, die wechseln sich ja immer ab. Können wir noch einen hin? Na, schade. Alle guten Dinge wären zwei. Okay, was ist jetzt? Wechselt. Er wechselt. Okay, gut. Er wechselt und, ja, vergiss es, mein Freundchen. Na, ja, genau. Komm rein mit ihr, Big. Sehr schön. So, und jetzt können wir ganz gemütlich zugucken und abwarten, wie sich Big E halt schlagen wird. Ja, bis jetzt sieht's, äh, ja, sehr gut. Schöner Konter und Schlag in den Magen. Konter von Jimmy Uso. Okay. Ah, Jimmy Uso hat langsam die Oberhand. Konter. Sehr schön. Oh, da gibt's den Konter von Big E, oder? Gibt's da ein Konter von Big? Was ist das denn? Nein, das sah jetzt aus wie eine Art Big Ending. Ich weiß es nicht genau. Big E, come on. Der Rocks. Los, Leute, komm. Feuert ihn an. Feuert ihn an. Ah, schöner Konter. Und, uh, da gab's nen Kick und, ey, was macht denn Kofi? Okay, Kofi, bleib außerhalb des Rings. Du und ich wissen, dass eine kleine Atmosphäre nicht combination något bisschen. In conversionen kann sie sich stärker machen. Nein, 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 nein. Ah, ich hab mich verrückt. Verdammt. Ich hab mich verrückt. Oh, das erste Cover, das erste Cover, 1, 2, na, leider nicht. Ging nur bis 1. Wie schön es wäre, wenn man jetzt hier einfach mal schön einmischen könnte. Natürlich wäre es dann auch unfair, weil das Match noch vorbei wäre. Jawohl, einfach mal geswitcht, weißt du, wie, aber klar, toll, danke. Einfach mal switchen, sehr schön, jawohl, sehr gut. Kofi, Kofi, Kofi. Und... Zack, jawohl. So. Verzei das Ding zu beenden. Und trouble in peril, nein. Oh Gott, wie SOS, ne, SOS? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr wieder Finisher von dem Herz. Oh nein, ich hab's vergessen. Oh Gott, was macht er mit uns? Nein. Ah, jetzt aber... Nein, wow, wow, wow. Schöner Mut von Kofi Kingston. Ähm, hallo? Was sind jetzt kaputt? Jetzt wurde der... Ja, toll. Äh, okay, was war das jetzt? Sehr schön. Ja, aber nein, wieder dieser, dieser schöne Sprung, der leider nicht funktioniert hat. Und wieder einmal gegen die Ringecke. Und jetzt wartet er wieder drei Stunden, bis Kofi Kingston sich mal zuckt. Ja, zu früh gefreut. Konter und ab in die Ringecke. Okay, es wird ein Tag. Das kann man natürlich nicht kontern, zumindest jetzt nicht mehr, glaube ich. Ne. Sehr schön, und das Cover. Okay, was, was? Oh, danke. Danke, Mr. Big E. Kommst du wieder rein? Das ist immer lustig. Wir haben das Comeback und der Gegner rennt raus. Ja, mal gucken, ob ich das Comeback hinbekomme. Oder auch nicht. Oh, toll. Jawohl, nein. Auch Klatscher ging schief. Rückenschmerzen, Rückenschmerzen gegen Kofi. Und das Cover. Vergiss es. Oh, sehr guter Konter. Ist wohl nicht der Superstar gewesen, der hätte eigentlich innen abkriegen müssen, aber gut. Oh, Alter, wie mies. Wie mies. So, komm mal her, Mr. Uso. Ach, schade. Jawohl. Schön. Schön, o Müs. Und jetzt gibt es den... ...en Aufgabegriff. Ja, es wird ein Aufgabegriff. Oh mein Gott. Kofi halt durch. Kofi halt durch. Also, ich muss sagen, Big E mischt sich jetzt noch nicht ein. Wer weiß, was das bedeutet. Wer weiß, dass Kofi da nochmal rauskommt. Ach, sehr schön. Sehr schön. Und singet schon Move. Und jawohl. Jetzt komm, S.O.S. Sehr schön, sehr schön. Und... Ja, nein. Wieder ein Konter. Wieder ein Konter von Jimmy Uso. Oder war es J.Uso? Ich weiß gerade gar nicht. Mal gucken. Es war J.Uso. Okay, ich verwechsel die beiden. Er macht ein Statement hier mit diesem Angriff. Jawohl. Und ein Cover. One. Two. Okay. Big E, komm du mal wieder rein. Ich muss mich kurz ausruhen. Äh, was? Ich will mich ausruhen. Oh, Cover. Oh, schade. Na ja. Hat keiner gesehen. Sehr schön. Oh, was macht denn jetzt Big E? Big E macht, äh, was macht er? Macht Voller. Und singet schon Move von Big E. Wunderbar. Okay, er hat noch keine Chance, sein Big Ending zu zeigen. Das macht, äh, sehr schön. Tag, Double Team. Double Team und jawohl. Und natürlich gleich noch das Cover hinterher. 1, 2, 3, oh mein Gott. Und damit ist es vorbei. The New Day hat es wieder einmal geschafft. Wir haben ihren Zettel gegen The Usos verteidigt. 2, 3, oh mein Gott. Und damit ist es so, dass er sich jetzt, äh, Jimmy Uso nicht eingemischt hat, hat mich schon ein wenig gewundert worden. 2, hat mich, wie gesagt, schon gewundert, dass er sich nicht eingemischt hat. Aber gut, wer weiß, wenn er nicht wollte. Hier nochmal der misslungene Finisher. Ja, zack. Singet schon Move. Und der Double Team Move. Ja, Big E rennt rein und man sieht, Jey Uso, oder Jimmy Uso hing mit dem Bein am Seil fest, deswegen konnte er anscheinend nicht reingehen. Okay, das dauert immer lange, bis die, äh, wieder eingeblendet werden. Ach, das sind sie. Hier sind die Winnerinnen und still. WWE-Spotdown-Tag-Team-Champions Kofi Kingston und Big E. Jawoll, die beiden. Die beiden haben es geschafft. Sie haben wieder einmal den Titel, beziehungsweise ihre Titel verteidigt. Jetzt warten sie mit ihrem Hintern, weil sie sich so sehr freuen. Oh, der zittert Big E. mit den Knien. Ja, das war ein weiteres spannendes Match und, ja, gleich geht's weiter mit der nächsten großen, ja, mit dem nächsten großen Match. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017